Ist die Wette jetzt angenommen oder nicht? Nicht angenommen? Ja, dann macht ihr beide doch. Kevin und Max. Ach du Scheiße, sollen wir eine machen? Die zwei reichsten aus dem Bus. Stimmt überhaupt nicht. Wer ist reicher? Ja. 10k für den, der länger durchhält bei euch beiden. Was, wenn wir beide 14 Tage schaffen? Dann spenden beide 5k für Charity. Okay, Deal. Der Hammer ist doch geclosed, Freunde. Was haben wir gemacht? Zum ersten, zum zweiten. 10.000 Euro Wette und wenn wir es beide schaffen, haben wir beide 5.000 für Charity. Und die 10k auch für Charity würde ich sagen. Ich hab dir ja nicht so zugestimmt. Hört ihr das? Ey, ihr müsst auch eine machen. Ey Leute, hört mal Romatra zu. Der Max hat gewettet, das hab ich nicht eigentlich. Ich hab auch keinen Bock auf so eine Wette. Ich bin da ganz bei dir. Das ist Max eine Wette mit Kevin. Knick da um an Tag 2, geht raus. Musst du 10.000 Euro zahlen, richtig. Aber das weißt du, das wusstest du doch vorher schon, bevor du diese Wette angenommen hast. Wusstest du doch, dass das die Gefahr ist. Wusstest du nicht? Dann bist du dumm. Viel Spaß euch zwei. Ihr müsst miteinander 14 Tage aushalten. Das wird so geil. Romatra macht dauerhaft. Romatra hat jetzt schon während des Fliegers 20 Mal gesagt, immer wenn ich irgendwas mache, was ihnen nicht passt, ja, Pech, dann drück ich den roten Knopf, da sind wir beide raus.